Musik Ja, das nennt sich Lexikon der Angst. Das ist natürlich kein echtes Lexikon, sondern einfach eine Sammlung von ganz kurzen Geschichten, die alle mit Angst zu tun haben, mit ganz vielen verschiedenen Menschen und allen möglichen Formen von angstvollem Verhalten, Unbehagen, Furcht, gesammelt wie ein Lexikon. Also ich habe schon sozusagen geordnet wie ein Lexikon, also es gibt einzelne Buchstaben von A bis Z und die Überschriften sind eben alphabetisch geordnet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man zu jeder Angst einen Buchstaben und einen Artikel findet, der das erklären würde, sondern es ist eigentlich nur ein Spiel mit dieser Lexikonordnung, die eigentlich auch wieder aufgelöst wird. Das ist eigentlich eine Mischung von erzählten Geschichten und einer scheinbaren Lexikonordnung. Weil ich finde, dass das Thema schlechthin ist. Also ich finde, Angst gehört zum Menschen ganz, ganz ursprünglich. Egal wann, das war immer schon so. Und es ist auch eines meiner wichtigsten Themen, mich mit Angst zu beschäftigen. Es ist auch ein kraftvolles Gefühl, aus dem man viel erzählerisches Material schlagen kann. Musik Es gibt die Ängste, die jeder kennt, vor dem Aufzug, der stecken bleibt, vor dem Flugzeug, des Absturz oder auf der Autobahn, Angst beim Autofahren. Aber es gibt auch Ängste, zum Beispiel hat eine Geschichte, da hat ein Mann Angst vor Schatten oder eine Frau fürchtet sich vor Milch, hat jedes Mal, wenn sie Milch trinkt, Angst, dass sie die Milch entgegenschlägt. Es gibt Angst vor der Sonne, es gibt aber auch die Angst, alt zu werden, die Angst um das Kind, das aus dem Haus geht. Also es gibt sozusagen Ängste, die uns sehr nahe liegen und auch vielleicht Ängste, die für manche Leser eher bizarr scheinen. Also eigentlich die ganze Spielart von Angstmöglichkeiten. Oh, ich bin ein sehr angstvoller Mensch. Ich kann gar nicht erst anfangen. Also meine größte Angst ist die vom Autofahren tatsächlich. Und das finde ich auch eigentlich keine Angst, sondern eigentlich ein logisches Denken, weil ich Autofahren auf der Autobahn unglaublich gefährlich finde. Aber das macht Angst auch aus, dass man sie für unglaublich logisch hält. Und darum kann man sich ja auch nicht von ihr befreien. Also ich denke auf jeder Autobahnfahrt, dass ich wahrscheinlich sie nicht überleben werde. Und das ist auch eine sehr körperliche Angst. Und so beschreibe ich die Ängste auch in den Geschichten. Das drückt sich ja auch körperlich aus. Das ist einfach ein physisches, massives Unbehagen auch. Nee, also ansteckend ist das nicht. Ich glaube eher im Gegenteil, wenn man genauer hinschaut und sich die Angst anschaut, wird sie weniger diffus und vielleicht greifbarer und erzählbarer. Und eigentlich, glaube ich, ist es eher angstlindernd, wenn man sich Ängste auch genauer anschaut. Ja klar, also ich habe während der Zeit, war auch in meinem Kopf sozusagen Angst, der große Filter. Und ich konnte eben, wie gesagt, es meinen eigenen Ängsten schöpfen, aber habe mir ja viele Ängste auch einfach ausgedacht. Also fantasiert, mir überlegt. Und wenn man einmal anfing mit so einem Thema, taucht es ja überall auf. Also Menschen erzählen gern von ihrer Angst. Und ich habe dann in der Zeit jede Menge Angstgeschichten auch immer wieder gehört, aus allen Richtungen. Und die musste ich im Grunde nur sammeln und so ein bisschen zuspitzen und literarisch weiterdenken. Dann hatte ich schon mein Material. Ja, ich finde, Gemütlichkeit gibt es genug. Also wenn ich es gemütlich haben will, mache ich mir einen schönen Fernsehabend. Aber ich finde, Literatur hat eine andere Funktion. Also da geht es um Fragen und Unbehagen und die Risse in unserem glatten Leben. Und Angst ist ja so ein großer Riss, den, glaube ich, alle kennen. Und da will ich von erzählen und nicht von dem, das funkelt und glänzt und sowieso gut läuft. Also gemütlich machen kann man es sich anders viel besser als mit Literatur, glaube ich.